Startlimit vom Starship deutlich angehoben. Was erwartet uns beim baldigen Start? NASA-Vizeposten überraschend neu besetzt. Boca Chica wird offiziell zur texanischen Stadt Starbase. Fram 2 fasziniert mit atemberaubendem Video aus dem All. Und die NASA-Budgetkürzung bringt ESA und ISS in Zugzwang. All das und was dahinter steckt, nehmen wir heute genauer unter die Lupe. Wenn dich Raumfahrt fasziniert und nichts verpassen willst, genau abonnieren nicht vergessen. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. Man kann es an euren Kommentaren sehen. Viele von euch warten ungeduldig auf den nächsten Start des Starship. Neuen Daten kann ich euch leider noch nicht versorgen. Was nicht heißt, dass es nichts zu berichten gäbe. Wie ihr wisst, endete der achte Testflug recht dramatisch. Die Oberstufe explodierte spektakulär über der Karibik. Jetzt laufen die Vorbereitungen für Flug 9 auf Hochtouren. Und einmal mehr zeigt sich, Routine kann man hier vergeblich suchen. Wie letzte Woche berichtet, erfolgte mit einem neuen Static-Fire-Test von Ship 35 ein entscheidender Meilenstein. Der Test sollte die sechs Raptor-Vakuum-Triebwerke der Oberstufe auf Herz und Nieren prüfen. Ein Muss, nachdem der vorherige Versuch vor wenigen Tagen vorzeitig abgebrochen werden musste. Beim vorangegangene Test hatte sich eines der sechs Triebwerke bereits nach rund 30 Sekunden verabschiedet und hat den Zeitplan dadurch durcheinandergebracht. Die Folge? Der Starttermin verzögerte sich weiter. Doch SpaceX wäre nicht SpaceX, wenn nicht schon der nächste Anlauf vorbereitet werden würde. Das Team peilt den nächsten Testflug nun frühestens für den 20. Mai an. Mit dabei ist der bereits geflogene Booster 14 und Ship 35. Besonders spannend, Booster 14 ist das erste Exemplar, das für einen zweiten Flug vorbereitet wird. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollständigen Wiederverwendung. Außerdem gibt es Hinweise darauf, dass Booster 14 diesmal nicht wie zuvor gefangen, sondern gezielt gewassert werden könnte, um neue Daten zu sammeln. Auch das unterstreicht den experimentellen Charakter dieser Testkampagne, die für SpaceX schon immer mehr ist als nur Routinebetrieb. Mindestens genauso spektakulär wie die technischen Fortschritte sind die regulatorischen Weichenstellungen hinter den Kulissen. Am 6. Mai hat die FAA endlich grünes Licht für ein neues Kapitel gegeben. SpaceX darf künftig bis zu 25 Starship-Starts pro Jahr von der Starbase durchführen. Bislang war das Unternehmen auf gerade einmal fünf Starts jährlich limitiert. Ein massiver Flaschenhals, der nun Vergangenheit ist. Ich glaube, man kann sagen, es war eine weitere geschäftige Woche in der Starbase. Aktuell sind nicht nur vier Super-Heavy-Booster gleichzeitig in Bau oder Test. Auch die Oberstufenproduktion läuft auf Hochtouren. Ship 36 wird erstmals großflächig mit neuartigen schrägkantigen Kacheln bestückt. Diese durchgehende Kachelabdeckung ersetzt punktuelle Fliesendesigns und soll die Montage vereinfachen. Während Booster 14 für seinen zweiten Einsatz fit gemacht wird, haben Booster 15, 16 und 17 bereits die wichtigen Kryotests durchlaufen. Booster 18 steckt aktuell noch in der Tanktestphase. All das zeigt, die Starship-Entwicklung ist nicht nur ein technisches Abenteuer, sondern auch ein logistisches Großprojekt. Neben den Fortschritten auf dem Startplatz schrieb SpaceX auch auf dem Boden Geschichte. Die SpaceX-Gemeinde Boca Chica hat sich jetzt offiziell zur Stadt Starbase erklärt. Mit einer deutlichen Mehrheit von über 97 Prozent haben die Bewohner für die Gründung einer eigenen Gemeinde gestimmt. Von insgesamt 218 gültigen Stimmen entfielen nur sechs auf ein Nein. Der neu eingerichtete X-Account Starbase TX meldete sich am 4. Mai erstmals mit folgender Erklärung zu Wort. Eine Stadt zu werden wird uns helfen, die bestmögliche Gemeinschaft für die Männer und Frauen aufzubauen, die an der Zukunft der Menschheit im All arbeiten. Die offizielle Anerkennung des Wahlergebnisses durch die Behörden wird für Mitte Mai erwartet. Damit wird aus der einst verschlafenen Küstenregion ein politisches Projekt mit Signalwirkung. Indirekter Nachbarschaft zum Startplatz der mächtigsten Rakete der Welt. Der Plan des Firmengründers, eine eigene Raumfahrtstadt zu gründen, scheint zumindest auf der Erde zur Realität zu werden. Die Starbase vom Mythos zur Verwaltungseinheit. Neben der historischen Abstimmung rückt auch der Ausbau des neuen Starship-Startplatzes in den Fokus. Der neue Starttisch für den zweiten Starship-Startturm wurde diese Woche erfolgreich zur Startrampe transportiert. In knapp einer Stunde rollte das massive Bauteil mithilfe sogenannter SPMTs, selbstfahrender modularer Transporteinheiten, über den texanischen Highway 4. Ryan Hansen Space schätzt die Masse des Starttisches auf rund 1.108 Tonnen. An der Launch-Site angekommen, warteten bereits zwei Großkräne, um den Koloss auf seine endgültige Position zu heben. Damit erreicht das Projekt der Orbital Pad B den nächsten wichtigen Meilenstein in Richtung einer deutlich gesteigerten Starship-Startfrequenz. Und auch Highway 4 dürfte den Transport nicht so schnell vergessen. Die Straße, ein Symbol für den schmalen Grat zwischen Alltag und Raumfahrtwunder, hat damit einen neuen Belastungstest hinter sich gebracht. Aber SpaceX ist ja nicht nur Starship. Was gibt es sonst noch über SpaceX zu berichten? SpaceX hat ein unkommentiertes langes Video von der privaten Fram 2 Mission veröffentlicht, die am 1. April startete. Zu sehen sind spektakuläre Aufnahmen aus der kupularartigen Aussichtssektion der Crew Dragon Kapsel. Gefilmt mit mehreren Kameras direkt an der Schutzverkleidung. Die Bilder zeigen den Flug über Polarregionen, Wüsten und, in der Nacht, das sanfte Glimmen der Triebwerke bei Kurskorrekturen. Ein faszinierendes Zeugnis orbitaler Dynamik, begleitet von ruhiger Musik, gleitet die Erde in allen Farben des Spektrums unter der Kapsel hinweg. Besonders eindrucksvoll, die Crew, wie sie schwerelos durchs Bild schwebt, Fotos macht und staunend auf die Erde blickt. Eine fast meditative Momentaufnahme der Raumfahrt. Dass es diesen YouTube-Kanal noch gibt, ist kein Zufall, sondern das Verdienst unserer großartigen Senkrechtstarter Schutzenge. Das sind alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen Dank für euren Rückhalt. Wenn auch du dazu beitragen willst, Raumfahrt im deutschsprachigen Raum weiter voranzubringen, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja dann alle Videos vorab und komplett werbefrei. Wir kommen zu den Starts der vergangenen Woche. Am Mittwoch, den 7. Mai, startete eine Falcon 9 von SpaceX vom SLC-40 in Cape Canaveral. Die Starlink-Gruppe 693 brachte weitere Satelliten für das globale Internetnetzwerk ins All. Die Landung des Boosters erfolgte dann erfolgreich auf dem Droneship Just Read the Instructions. Am Samstag, den 10. Mai, startete eine weitere SpaceX Falcon 9 mit Starlinks von Wendenberg. Dabei handelte es sich um die Starlink-Gruppe 15-3. Der Booster landete anschließend auf dem Droneship Of Course I Still Love You. Ebenfalls am Samstag startete SpaceX erneut eine Falcon 9, diesmal wieder vom SLC-40 in Cape Canaveral. Die Landung des Boosters erfolgte diesmal auf dem Droneship A Shortfall of Gravitas. Aber natürlich bestand die Woche nicht nur aus Raketenstarts. Unter Trump wird sich auch die NASA-Führung neu aufstellen. An der Spitze ist dann wohl Jared Isaacman. Wie jetzt berichtet, soll Matthew Anderson, ein pensionierter Colonel der US Air Force, neuer stellvertretender Administrator der NASA werden. Die Nominierung erfolgte am 7. Mai überraschend und wurde auf X von der Space Force Association veröffentlicht. Anderson war zuletzt Verbindungsoffizier zum US Space Command und wechselte nach seiner Pensionierung in die Industrie, wo er Kunden der Space Force betreute. Für seine Rolle beim Vorantreiben militärisch-industrieller Raumfahrtinnovation wurde er als einer der Top-Raumfahrtmanager, die man im Auge behalten sollte, gewürdigt. Trotz seiner geringen NASA-Erfahrung betont die amtierende Administratorin Janet Petrow seinen frischen strategischen Blick. Anderson kennt Jared Isaacman, den ebenfalls neu nominierten NASA-Administrator. Die beiden standen bereits mehrfach gemeinsam auf der Bühne. Das könnte den Start ihrer Zusammenarbeit erleichtern. Sollte der Senat zustimmen, dürfte Anderson eine zentrale Rolle im Umbau der NASA spielen. Sein Fokus liegt dabei voraussichtlich auf der Kooperation zwischen zivilen und militärischen Raumfahrtzielen. Und der neue Stellvertreter bringt hoffentlich genau jene Effizienzexpertise mit, die NASA beim Sparkurs auf der ISS dringend braucht. Apropos Raumstation. Wie letzte Woche berichtet, will die US-Regierung unter Donald Trump das NASA-Budget für 2026, aber nicht nur bei der ISS, drastisch kürzen. Laut Haushaltsvorschlag der US-Regierung für das Jahr 2026 soll die Raumfahrtbehörde ihre Präsenz im Orbit spürbar zurückfahren. Geprüft wird unter anderem die Crewgröße bei den Crew Dragon Missionen ab Februar 26 von vier auf drei Personen zu reduzieren. Und zugleich die Aufenthaltsdauer von sechs auf acht Monate zu verlängern. Damit ließen sich über Jahre hinweg teure Flüge einsparen. Die Kürzungen sollen auch die Weichen für ein kontrolliertes Ende der ISS bis 2030 stellen und den Weg für kommerzielle Nachfolger ebnen. Die Kehrseite ist, dass damit die Zahl der NASA-Astronauten auf der ISS halbiert werden würde. Ein harter Einschnitt für Forschung und Betrieb. Besonders betroffen wäre der wissenschaftliche Output, etwa bei Experimenten oder Langzeitstudien. Auch technische Upgrades wie der neue Tracker des Teilchendetektors AMS-02 könnten gestrichen werden. Ironischerweise fordert Trumps NASA-Administrator-Anwärter Jared Isaacman, die verbleibende Zeit der ISS bis 2030 für maximale Forschung zu nutzen. Der nun diskutierte Sparkurs droht jedoch, genau das Gegenteil zu bewirken. Was denkt ihr dazu? Lasst eure Meinung gern als Kommentar unter dem Video da. Aber nicht nur bei der ISS möchte die neue US-Regierung den Rotstift ansetzen. Die Budgetkürzungen lesen sich wie eine Abrissliste der US-Raumfahrtträume und sie treffen zentrale Pfeiler des Artemis-Programms. Sowohl das Orion-Raumschiff und die geplante Mondraumstation Gateway sollen gestrichen werden. Dadurch steht auch der europäische Beitrag an diesen Programmen auf der Kippe. ESA-Chef Josef Aschbacher reagierte umgehend. In einem Statement vom 5. Mai kündigte er Gespräche mit der NASA und Beratungen mit den ESA-Mitgliedsstaaten an. Denn die Europäer hatten über ein Barta-Abkommen die Produktion von sechs Service-Modulen für Orion zugesagt. Sollte das Programm jetzt enden, droht ein politischer und wirtschaftlicher Rückschlag. Gateway ist ebenfalls betroffen. Auch hier hatte die ESA bereits zentrale Bauteile zugesagt. Aschbacher betont die Partnerschaft mit der NASA, stellt aber auch klar, dass Europa jetzt auch neue Allianzen, etwa mit Japan, Indien oder Südkorea, prüfen. Auch um Europas Mondräume unabhängig von NASA-Partnerschaften voranzutreiben. Mond ist eine gute Überleitung. Der japanische Mondlander Resilience hat jetzt erfolgreich den Mondorbit erreicht. Ein zentraler Meilenstein für die Hakuto Air Mission 2 von iSpace. Nach dem Start im Januar an Bord einer Falcon 9 zündete das Haupttriebwerk am 6. Mai für über neun Minuten, um das Raumfahrzeug in die Umlaufbahn um den Mond zu bringen. Die Landung ist frühestens für den 5. Juni geplant. An Bord ist der Micro-Rover Tenacious, der nach der Landung Proben entnehmen soll. Damit möchte iSpace seine Kompetenz im Umgang mit lunaren Ressourcen unter Beweis stellen. Außerdem mit dabei ist ein Strahlungsmessgerät sowie ein künstlerisches Projekt namens Moonhouse. Es steht symbolisch für die Vision, Kunst und Kultur auf andere Himmelskörper zu bringen. Nach dem Absturz der ersten Mission im Jahr 2023 steht nun alles auf Erfolg. Auch dank Software-Updates und angepasster Missionsführung. iSpace sieht in dieser Mission den Wegbereiter für kommerzielle Mondlogistik. Gelingt die Landung, wäre das ein Meilenstein für Japans Raumfahrtambitionen und die Mondwirtschaft der Zukunft. Nicht schlecht, oder? Schon ganz schön abgefahren. Ebenfalls sehr ambitioniert ist das Schweizer Raumfahrtunternehmen Clear Space. Clear Space hat im Wettlauf um die Müllbeseitigung im All jetzt einen wichtigen Meilenstein erreicht. In der zweiten Phase der Active Debris Removal Mission, zu deutsch aktiven Trümmerbeseitigungsmission, demonstrierte das Team erfolgreich die Starttauglichkeit seiner Roboter-Greifarme sowie die Zuverlässigkeit der Bildverarbeitung zur Erkennung von Weltraumschrott. Auch erste simulierte Annäherungsmanöver verliefen vielversprechend. Clear Space wird dabei von der britischen Raumfahrtagentur gefördert und konkurriert mit AstroScale, um einen Auftrag zur Entfernung zweier toter Satelliten im Jahr 2026. Geschäftsführer Rory Holmes sieht in der Clear Mission mehr als Müllbeseitigung. Sie soll den Weg zu einer britisch geführten Infrastruktur zur Wartung und Instandhaltung von Satelliten im Orbit bereiten. Der nächste Schritt ist die sogenannte systemkritische Entwurfsprüfung, bevor es dann an den Bau der Flughardware geht. Während Clear Space im Kampf gegen Weltraummüll voranschreitet, richten andere den Fokus auf die sichere Heimkehr orbitaler Raumfahrzeuge. Das US-Startup Inversion Space wertet den ersten orbitalen Testflug seines Raumfahrzeugs Ray trotz gescheitertem Wiedereintritt als Erfolg. Ray war im Januar an Bord einer SpaceX-Transporter-Mission gestartet und sollte nach mehreren Wochen im Orbit kontrolliert im Pazifik landen, doch ein Kurzschluss verhinderte das Zünden des De-Orbit-Triebwerks. Stattdessen absolvierte das Vehikel lediglich zwei kleinere Manöver, bleibt jetzt aber für Jahre in rund 514 Kilometern Höhe. Der Fehler konnte am Boden identifiziert und reproduziert werden. Während der verlängerten Orbitalphase testete das Team nach eigenen Angaben erfolgreich weitere Systeme und sammelte wertvolle Betriebsdaten. Mit dem Folgeprojekt ARC will das Unternehmen ab 2026 eine vollständig autonome Rückführungstechnologie etablieren. Weltweit arbeiten mehrere New Space Firmen an ähnlichen Konzepten, darunter Vardaspace, Atmos Space Cargo und The Exploration Company. Der Wettlauf um die kommerzielle Rückführung aus dem Orbit wäre damit endgültig eröffnet. Die einen pfeilen noch am Wiedereintritt, die anderen feiern ihre ersten Orbits. Nach dem erfolgreichen Start an Bord einer Vega-C-Rakete am 29. April hat die ESA nun auch den letzten großen Meilenstein der Frühphase ihres Erdbeobachtungsathleten Biomass erreicht. Die riesige Gitterreflektorantenne wurde vollständig ausgeklappt und einsatzbereit gemacht. Über eine geplante Missionsdauer von 5,5 Jahren hinweg soll Biomass den weltweiten Kohlenstoffspeicher der Wälder vermessen. Das ist ein zentrales Element zur Modellierung des globalen Klimas. Möglich wird dies durch ein spezielles P-Bandradar, das tief in die Baumkronen eindringt und so erstmals auch tropische Urwälder systematisch durchdringen kann. Die nun entfaltete 12 Meter Antenne bildet das Herzstück des Systems. Ihr Ausklappmanöver galt als besonders risikobehaftet, umso erfreulicher, dass es nun erfolgreich abgeschlossen ist. Damit kann Biomass bald in den wissenschaftlichen Betriebsmodus übergehen und einen neuen Datenschatz zur Klimaüberwachung liefern. Zum Abschluss noch ein kurzer Ausblick. Diese Raketenstarts stehen nächste Woche an, kompakt für euch zusammengefasst. Am Dienstag, den 13. Mai, startet eine Falcon 9 vom SLC-4E in Wendenburg mit Starlink V2-Minisatelliten der Gruppe 15-4. Geplant ist die Landung des Boosters auf dem Drohnenschiff Of Course I Still Love You. Ebenfalls am 13. Mai hebt eine lange Marsch 2D vom Duke-1-Satellitenzentrum ab, die eine bislang unbekannte Nutzlast in den Orbit bringt. Es ist der nächste Einsatz des bewährten zweistufigen Modells mit beeindruckender Zuverlässigkeit. Am Mittwoch, den 14. Mai, folgt eine weitere Falcon 9 von Cape Canaveral mit der Starlink-Gruppe 667. Die weitere V2-Minisatelliten sollen das globale SpaceX-Breitbandnetzwerk weiter verstärken. Australien steht mit dem Erstflug der Eris-Rakete von Gilmore Space vor einem möglichen historischen Moment. Der erste Orbitalstart vom neuen Boeing Orbital Spaceport. Aktuell ist der Start am 15. Mai geplant. Der Flug markiert potenziell den ersten orbitalen Start Australiens seit über 50 Jahren. Wird Australien noch vor Deutschland-Weltraumnation? Und auch Rocket Lab ist wieder am Start. Mit Elektron-Rakete soll von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland die zweite IQPS-Mission ins All gebracht werden. Das ist eine japanische kommerzielle Erdbeobachtungskonstellation. Ich hoffe, die News haben dir wieder Spaß gemacht. Wenn ja, lass gerne einen Like da. Falls du es noch nicht gemacht hast, abonnieren. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt dafür. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.